Hey Leute, willkommen im vierzehnten Teil von Uncharted 4. In der letzten Folge sind wir hier in so eine Ruine reingetappt. Ich glaube, das war mal wieder so ein Turm. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob wir hier richtig sind. Aber ich würde trotzdem sagen, wir schalten die Typen erstmal hier aus und gucken nach. So, was haben wir denn für Waffen? Ach. Wir machen das jetzt hier schnell laut. Ich glaube, so sehr viele sind das hier nicht. Oh, das mache ich. Wechseln sich auch immer ab, ey. Das geht's nicht. Was die abhalten? So, das ist ein Scheiß-Typ, ey. Wollt ihr da noch eine Granade auf uns werfen? Ah, ne. Der hatte nur so eine Uzi. Der hatte nur eine AK. Mal schauen, was die Freunde hier oben hatten. Ja, der hat Munition für uns. Ah, da können wir jetzt bloß rüberspielen. Was liegt hier in der Granade? Die haben wir aber schon voll. Ah, ich hab's mir schon gedacht, dass das hier nix Relevantes ist. Ah, das Ding ist... Ich glaube, ich hab mich hier verfahren. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, shit, ey. Na gut. Gucken wir weiter. Hier wird's wahrscheinlich nichts mehr geben. Boah, hier ist ein LKW. Können wir den fahren? Nee, leider nicht, aber... Ah, hier liegen Waffen. Ach, bloß neun Schuss. Das ist immer so... Wenig. Na gut. Steigen wir ins Auto und fahren weiter. Weil dieser Ruine aber schon ziemlich nah am Vulkan ist. Ah, hier gibt's wirklich nichts mehr. Ich würd sagen, wir fahren mal Richtung dem Feuer dort. Mal sehen, was die dort abbrennen. Haha, konnten wir nochmal springen. Sehr gut. So, ich glaub, hier sind wir ja schon richtig. Ich hab halt Angst, dass uns hier wieder Leute begegnen. Richtig krass. Mit den Steinen. Seht euch das an, Leute. Was ist das? Wir steigen mal aus und gucken uns um hier. Krass, ey. Wir können ja runter auf die Stadt gucken. Das erinnert mich irgendwie grad an Tropico 5. Was es jetzt gerade ist, gab für die Playstation. Ach, ich hatte's halt schon für den PC. Eigentlich fetzt das ganz... Ganz gutes Spiel. So, wieso kommen wir jetzt hier nicht hoch? Oh. Oh. Der will mich hier verarschen. Ah, na bitte. Ah, hier liegt ein Schatz. Eine Feuerschale. Oh, der holt ihn sich nicht hin. Fuck. Hey Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Schorlein Söldner zu sehen. Schwer zu sagen. Hm. Ach, wieso der jetzt hier nicht reinlangt? Ah, jetzt. Eine Münze, wie's scheint. Schottische 2-Pens-Münze. Oh, sehr gut. Aus Schottland. Das wär geil, ey. Wenn man wirklich mal so eine alte Münze finden würde. Aber das Ding ist dann immer schwer... Dass man schwer einschätzen kann, ob das denn wirklich was wert ist. So, hier geht's nicht lang. Ach, fuck. Guck mal, hier unten hätten wir auch noch gucken können. Ah, ärmerlich. Na ja, fahren wir weiter. Ah. Ah, wieder so ein Turm von vor uns. Sieht verlassen aus auf den ersten Blick. Tja, sieht so aus, als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um. Dann weiter. Zugbrücke? Wie mittelalterlich. Ja, man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht jemanden draußen halten will. Oder etwas im Inneren schützen will. Okay, ich glaube, wir müssen wieder Seilwinde. Die Brücke runterholen. Oder? Ah, nein. Wir müssen auf den Turm hoch hier rüber und die Brücke runterlassen. Sehr schön. Vorher gucken wir hier noch schneller rein. Ach, okay. Wir können jetzt auch rüberschwingen. Gucken bloß noch mal schnell hier nach, ob hier was Schönes rumliegt. Ah. Scheint nicht der Fall zu sein. Ah, komm, wir klettern jetzt auf den Turm. Es hat ja letztens so viel Spaß gemacht, da runter zu rutschen. Ne, mal schauen, ob da ein Schatz oben liegt. Wenn wir hier sowieso schon die Ersten sind. Ui. Ja. Das stimmt, wenn hier Munition rumliegt. Guckt, wir sammeln bestimmt dieses, äh... Die Bilder für das nächste Rätsel, was vielleicht ansteht. Und, weißt du, wem es gehört? Ja, das weiß ich. Anne Bonny. Mhm. Hat die Karibik unsicher gemacht. Ist sie nicht im Knast gestorben? Zumindest heißt es so in den Geschichten. Ha, klar. Avery muss auch sie eingeladen haben. Schauen wir auch gleich mal ins Tagebuch. Was nicht aufschreibt. Sehr gut. Vielleicht brauchen wir das wirklich noch. Ah, falsche Taste. Okay, da klettern wir jetzt hier hoch. Klingt gut. Ach, nö, ich will hier hochklettern. Oder geht das nicht? Doch, hier. Hey, sei vorsichtig, Jamme. Okay, ich seh mich hier oben mal um. Ach, wir seien jetzt schon drüben und guckt. Das ist ein Typ, ey. Da geht er einfach schon rüber. Ey, wenn jetzt hier oben kein Schatz liegt, ey. Das wäre echt unerfreundlich. Hey, Leute. Da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Ah, okay. Vielleicht ist das noch so ein Symbol. Mal schauen. Ach, das gibt's doch nicht. Jetzt ist ja nur so eine olle Kiste. Sonst hier hochgeklettert. Bingo. Bingo. Sam! Jetzt ja nicht mal los. Hahaha, ist klar. Shit. Au. Hey, Junge. Alles klar? Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Kommst du klar? Mhm. Gut, dann bis gleich. Ach so, ich bin doof. Dafür brauchen wir die Kiste. Sehr gut. Damit wir hier hochkommen. So, nur noch mal schauen. Schnell hier. Sich hier Schätze verbergen. Oh, das sieht richtig cool gemacht aus. Die Ruine hier, finde ich. Sieht so richtig alt aus. Hm, hier liegt nichts mehr rum, wie es scheint. Naja, da klettern wir jetzt hoch, lassen die Brücke runter und fahren weiter zum nächsten Turm. Mach ruhig Pause. Ich schaff's schon. Ich meine, da ist nur eine Kugel, oder? Du machst das. Super, Junge. Ah, die haben das Auto bis hin zurückgefahren. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Oh, shit. Nee. Geh in Deckung. Mist. Position ist auch, Alter. Shit. Shit, das ist jetzt echt doof. Okay, sehr gut. Gut. Gut, den haben wir erwischt. Oh, nein, ey. Jetzt muss jeder Schuss sitzen. Nein. Shit, ey. Das war knapp. So. Mist. Oh. Jetzt hat das Spiel gehauen. Geht's nicht. Ach, nein. Ich hab gedacht, ich schaff's noch. Ah, gut, okay. Müssen nicht nochmal alle ausschalten. Geht's nicht, ey. Ich muss die abhalten. Geht's nicht, ey. Shit. Shit. Hier ist er. Ah, sehr gut. Ach, die von allen Seiten? Shit. 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 Ich bin da. Wohne nur von hier. Gibt's nicht, ey. Da traut er sich ja rüber. Oh, nee. Ich bin weg. Mensch, ey. Ich stell mich an. Woher kommen denn die alle? Das ist noch, das ist noch, das ist noch bloß noch drei. Oh, jetzt muss ich auch schon mitwarten. Aufpassen, ich werde dich erwischen. Ach, da kommen noch mehr. Mist, ey. Nein. Ich vermeide hier. Wie. Macht's gar nicht. Ich komme einfach nicht so aus, wie ich bin. Krass, ey. Den hat's weggefeuert. Nächste, ich brauche aber noch Munition. Das ist ganz wichtig jetzt, ey. So, ich glaube, wir nehmen lieber mal die AK hier mit. Weil da haben wir mehr Schuss. Halt, hier lag noch was. Zwei Schuss können wir noch aufnehmen, soweit ich weiß. Ach, Mist. Okay, alles voll. So, jetzt hier schnell weiter. Bestimmt war... Wir haben ja hier diese Pistole gefunden. Bestimmt war einer hier und hat dann seine Leute geholt. Wie es scheint. Versuchen wir es nochmal. Ach so, hoffentlich kommen jetzt keine mehr. Zum Glück haben die das Auto weggefahren. Sonst hätte man das voll erwischt. Ich hab's zu nah geparkt. Großer Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Aber das Gute ist, das heißt jetzt, dass jetzt eigentlich keine Söldner mehr uns begegnen können. Höchstens, die holen uns wieder ein. Wie die anderen Typen. Oh. Sag mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wenn da nicht auch Geländer drin gewesen? So. Uh. Ich will doch bloß hier hinten gucken fahren. Nein, hier liegt kein Schatz. Schade. Ah, hier brauchen wir wieder die Seilwindow. Ich seh mich mal um. Oh, ob das so eine coole Idee ist. Mal sehen, vielleicht ziehen wir jetzt den Stein hier runter. Das wäre echt lustig. Hier geht's leider nicht hoch. Ich will doch bloß gucken, ob hier ein Schatz liegt. Achso, nee. Geht's gar nicht lang. Wir sind soweit. Mal los. Oh. Fuck. Der gute Mietwagen. Fuck. Was macht der nicht? Jetzt klettert er nicht hier hoch, ey. Shit. Könnte ich nichts machen. Fuck. Fuck. Wie? Oh shit. die im Glück? Ne, auch nicht. So, jetzt wieder dasselbe Problem. Ich weiß nicht, was ich hier drücken muss. Weil der einfach nicht hier hochklettert. Ach, jetzt ey. Mann, 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 Mann. Wie war das von uns mit den Anschnallen? Komm schon, jetzt übertreibt ihr. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ich spring mal kurz raus. Hey, hast du was gesehen? Oh, die Brücke sieht auch sehr stabil aus. Shit. Na ja, was so ist. Okay, haltet euch gut fest. Geht's doch nicht, ey. Ach, das war ja mal ein netter Tempo-Wechsel. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Fast. Huh, Glück gehabt. Oh. Oh. Hey. Hier scheint es nicht mehr weiter zu gehen. Es sei denn, ich kann ja mal hier an der... Ach. Verdammt. Ich dachte, ich kann da an der Seite hochfahren. Ah, okay. Parken wir mal das Auto hier und gehen hoch. Ah, ich glaube nicht, dass der hier schon ist. So, außer Piraten-Zombies kann uns ja hier nichts begegnen. Es sei denn, die Kunden holen uns ein, wie gesagt. Mal sehen. Was ist hier? Hier liegt nichts mehr rum. Sam, hilfst du mir mal? Ja. Oh, okay. Aber bevor wir jetzt hier runtergehen... Ah, lass mich raus. Will ich mich hier nochmal umgucken. Hier können wir nicht rein. Vielleicht können wir hier auf dem Turm noch hochklettern. Nee, hier geht es auch nicht weiter. Verdammt. Und hier hochkommen wir auch nicht. Schade. Schade. Da die Zeit leider auch langsam um ist, würde ich sagen, wir schauen in der nächsten Folge, was uns hier unten erwartet. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.